hallo du wunderbare seele ich möchte dir heute noch einmal für den august 2023 und schon als vorbereitung für das jahr 2024 eine botschaft übermitteln das allererste was ich erzählen möchte ist energieübertragung was ich da jetzt so erlebt habe vor allem heute bei der energieübertragung am 5 august was ich auch so erlebt habe mit meinen wunderbaren klientinnen vor allem den stammkunden in den letzten paar tagen ja was da alles so los war wo sich eben diese schmerzkörper die körper matrix gezeigt hat so dass du ein bisschen einen einblick hast was denn da so zurzeit in der energie ist und was hier los ist oder was auch mit dir los ist und dann auch die mitteilung im mitgliederkanal kosmische botschaften ist ab sofort und jetzt hochgeladen für den august eine wunderbare seelenreise mit energieübertragung auch auf die energie des augustes natürlich hin das alte die schlacken das ja da wo nichts mehr fließt zu verlassen und sich der ewig fließenden quelle wieder zuzuwenden zu empfangen und alles durch sich hindurch fließen zu lassen wieder ins urvertrauen zu kommen aufzunehmen und abgeben zu können großes thema ist ja das wasser ja und das wird es auch bleiben wasser steht für die gefühle und der regen das was da draußen von sich geht mit dem wasser das zeigt sich auch in den energien und zwar es prasseln auf uns regelrecht ganz viele urenergien ein urenergie ist immer das was vom menschen nicht gott sei dank angegriffen worden ist oder eingegriffen werden kann die ich nenne das immer nicht schmutzig sind und verfälscht und manipuliert das sind reinste energien aus der quelle selbst aus dem woher wir alle entstammen aus unserem zuhause wie immer du das nennen möchtest denn wer heute noch glaubt dass wir es nur die erde gibt dass wir ganz alleine hier sind und nur uns menschen gibt es ja der ist natürlich noch im schlaf natürlich gibt es viel viel mehr und lichtwesen dunkelwesen unlicht lichtes schwarz weiß krieg frieden alles gibt es und das im gesamten universum es gibt viele andere planeten und das sind planeten wesen auch die leben alles hat leben eingehaucht sage ich immer und es ist nun mal dieses wunderbare element wasser ich liebe wasser ja und dieser regen der da so niederprasselt das habe ich auch im mitgliederkanal in die seelenreise mit hinein genommen sind jede einzelne regentropf jeder einzelne regentropf ja so kann ich sagen ist eine energie eine licht ein licht tropfen der aufgenommen werden möchte in das körper geist seel system also in dein gesamtes energiesystem so dass du durchlichtet wirst aber auch dass der fluss in dir wieder angetriggert wird in das alles in den fluss kommt dass du nichts mehr festhält dass du in sein lassen loslassen kommen kannst aufnehmen abgeben annehmen geben geben nehmen weiblich und männlich möchte sich ausgleichen sowie anspannung entspannung ruhe bewegung aktivität ja dieses ständige extreme leben auf einer seite ja das tut keinen mehr gut und es möchte uns in unsere mitte führen und zu uns führen ja das aufwachen zu dir selbst der weg zu dir selbst ja dich vollkommen wieder zu fühlen und zu spüren und deinen gefühlen zu folgen und wasser steht für gefühle und es gibt ganz viele energiestaus im körper im geist überall finden wir ich sehe das immer wie dunkle kugeln die alles verstopfen wo nichts weitergeht wo alles steht und wenn ein wasser irgendwo steht weißt du ja dass es kippt und dass es schmutzig wird dass es verdreckt wird dass es wir nennen das in österreich abgestanden ist es fangt dann an auch zu stinken sage ich jetzt einmal und das betut sich jetzt auch in den körpern und wenn wir ehrlich sind arbeiten wir in dieser ganzen spirituellen szene sehr gerne und mit vollem fokus auf die seele vielleicht auch noch auf das geistige aber wo ist der körper und da wird jetzt vollgas gegeben und ich werde dir dann gleich sagen was sich da alles so auftut ich war fasziniert ja was da alles in dieser körper matrix im körper selbst gebunkert wird und ja gehortet wird wie auch auf einem dachboden oder in einem keller oft vieles herumliegt keiner beachtet es und das wird immer mehr und immer mehr ich sage messi haushalt im körper und das wird jetzt angetriggert oder hat schon begonnen von der energie ich möchte noch mal darauf hinweisen dass vom 1.8 bis 31.8 sich ein energiebogen spannt ja die mitte ist der achte achte und da gebe ich ja dieses webinar 19 uhr über zoom dass ich dir sehr ans herz legen kann und ich spreche wirklich ans herz legen denn hier haben wir wunderbare energie staus hier sind viele zugemacht verschlossen ziehen sich zurück in diese mauern oder sitzen in einem zimmer nur mit einem fenster so kamen auch die energiepiller schauen zwar beim fenster raus ja sind aber nicht in der bewegung und im fluss des lebens und so kann auch nicht die körperflüssigkeiten und alles fließen sondern alles ist im stau wie ein verstopfter abfluss und hier hauen manche viele chemische mittel hinein damit sie den abfluss wieder sauber bekommen machen aber dadurch natürlich energetisch das wasser kaputt ja so wie auch viele medizinisch alles in sich hinein schmeißen ja nennen wir jetzt zum beispiel ab für mittel oder sonstiges und machen aber vieles damit anderes kaputt für das eine hilft es und dem anderen schadet es um was geht es hier körper geist und seele in die einheit zu führen und alles in den fluss zu bringen und sich von dem alten jetzt endlich abzuwenden und nicht immer im schlamm zu wüten zu graben oder sogar im schlamm zu stecken sondern sich der über ewig fließenden quelle zuzuwenden dem lichtregen der lichtdusche die gerne mit den urenergien in dir platz nehmen möchte und diese ganzen neuen energien möchten sich in dir unzugleich mit mutter erde oder in der erde verankern damit auch der körper gut verankert ist der körper möchte sich ebenfalls durchlichten es geht nicht nur um das aufwachen geistig und seelisch ja sondern auch dass der körper hier sage ich von alten schlacken befreit wird und es gibt auch eben energetische schlacken ja sind richtige staus hier ja ich nenne hier auch ein wort lichtbauch ja also hier ist alles angetriggert vom nervensystem bis zum hormonsystem alle drüsen die verdauung ja der kopf ja die zähne jene gelenke rücken ja haut also es gibt nichts mehr wo sich nicht irgendein symptom zeigt oder manche sogar mehrere symptome haben ja und immer wenn du hier sorge oder angst hast oder ständig darüber nachdenkst dann empfehle ich dir natürlich ja hier den geistig energetischen seelischen weg zu gehen und von dieser ebene aus hier nachzuschauen und auch aufzulösen und natürlich wenn du sehr ängstlich bist panisch und ja schon an alles mögliche denkst ja wie krebs und sonstiges natürlich dann auch zum arzt ja ist überhaupt kein thema aber zumindestens auch das geistig seelische energetische hinzuzuziehen ja und nicht nur wieder den fokus auf das herkömmlich auf das was wir sehr 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 viele jahre gemacht haben denn ich sage immer blick zurück und schaut wohin hat es uns geführt ja wo sind die meisten menschen ja man sagt zwar es werden die menschen älter aber wie ja beobachtet schaut ja möchte man das weiter so haben und wenn man da etwas anders will oder eine veränderung will dann gilt es jetzt etwas anders auch zu tun und nicht wieder das gleiche wie immer schon ja schmerzter kopf ich schlug eine tablette ich habe verstopfung dann nehme ich ein abführmittel ja das sind die ganz altherkömmlichen dinge die man natürlich weitermachen kann aber es wird sich immer wiederholen es wird immer das gleiche sein und du wirst dann abhängig von äußeren dingen äußeren mitteln äußeren gegenständen und außen von menschen und es geht hier dass du dich auch hier befreist komplett frei wirst und geistig energetisch all das zu lösen beginnst oder zumindestens dazu zu schalten sage ich immer ja und wo investierst du am besten dein geld das vielleicht irgendwann nicht mehr geben wird oder so in dich selbst ja das ist das ist das beste konto wo du einzahlen kannst hier vermehrt sie sich wirklich das kann dir keiner mehr nehmen hier hast du das beste sparkonto ja oder was auch immer nicht darum zu kümmern wo schaffe ich jetzt mein geld überall hin weil es könnte alles kippen und über nacht weg sein ja könnte ich sehe es zwar jetzt nicht so aber stetig schritt 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 ja wird sich da etwas neues auch im währungs und geldsystem und so weiter aufbauen aber nimm den fokus zu dir und investier in dich in dich in deine seele in deinen geist ja alles wird vorher im geistigen krank ja der körper ist ja die letzte instanz und das kann ich dir empfehlen da vermehrt sich dein geld am besten da blüht alles dann auf da hast du ganz viele zinsen ja das ist der beste weg ja und wenn man sagt in gold ja dass du dich vergoldest dass du in dich investierst und du gold wirst ja dass du dein wertvolles gold bist ja dann hast du eine anlage für ewig und immer und brauchst in der nächsten inkarnation nicht nochmal das ganze durchwandern oder noch und noch und noch und noch mal kommen also mein ziel ist es nicht mehr herzukommen ja und die haben auch dann am meisten zu tun so ist es einfach denn wenn ich meine wohnung komplett sauber haben möchte und jeden kasten jedes kasterl im keller alles ausgemistet haben möchte nur mehr wirklich das was ich liebe was ich brauche was mir gut tut zu behalten dann habe ich mehr zu tun als jemand der mal geschwind drüber wischt dass der staub weg ist den man sieht und ein bisschen gesaugt und das war's ja das ist der unterschied ja und desto mehr du zu tun hast desto mehr bist du auf dem weg diese ganze szenario hier auch nicht mehr durchzumachen ja und es ist hier nicht licht und liebe und es ist hier schmerz es ist hier trauer es ist hasse es ist mord und totschlag es ist krieg es ist man schießt einen anderen was auch immer das brauche ich dir nicht zu sagen die natur ist sehr mächtig sie kann sehr gewaltig werden ja also da ist der mensch klein dagegen also auch die natur ist nicht immer ja auf rosa rosa wolken unterwegs und alles ist so toll sondern das kann schon alles sehr übermächtig werden und dann gilt es darum dass du mächtiger bist dass du voll in deiner schöpfer macht bist und dass du auch die vier elemente mit denen frieden gemacht hast und in dir in die einheit geführt hast denn dann bist du auch hier angstfrei denn wir haben alle mit ertrinken wir sind mal ertrunken in einem vorleben wir sind mal verbrannt ja wir sind mal erstickt das was die luft betrifft das sind jetzt nur beispiele ja da gibt es noch viel mehr gründe warum was wie ist und warum wer angst hat oder seinen ganzen besitz horten will und an sich raffen will und lebt wie in einem bunker und alles ist angehäuft und ganz viele gegenstände um sich und von verstorbenen auch viele bilder und gegenstände ja und so richtig mäßig haushalt in körpergeist und seele und das tut nicht gut das drückt und die neuen energien die da rein prasseln und das sind eine menge und das wird sich jetzt stetig beschleunigen und immer mehr werden können dann nicht platz nehmen es ist kein platz dann im energiefeld ja und ja und dieses was haben wir noch feuer habe ich schon wasser luft erde ja was ist die erde da ist das häufigste was ich feststelle sind die ganzen erden leben die es wir haben schöne leben und wir haben die die wir aufarbeiten die eben nicht so schön waren und unangenehm waren und da haben wir einige und da haben sich auch einige gesagt hier auf der erde will ich nicht mehr leben und doch in dieser indikarnation gilt es das aufzulösen und auch wirklich hier sein zu wollen und sich vollkommen zu erden also zu verankern das ist mal so eine kurze erklärung für die vier elemente die sich hier aufbäumen und die uns das im außen zeigen und du kannst mit all dem in frieden gehen und in dir das ausgleichen also die beste investition ist in dich es gibt keine bessere und nur hier wird sich vermehren und nur hier ist es gut angelegt und all das kannst du dir auf jeden fall mitnehmen und bleibt dir auch und da wirst du nicht enteignet und da wird dir nicht die wärme abgedreht oder das wasser oder sonstiges und dafür musst du auch nicht irgendjemand anderen noch stetig und immer mehr inflationsmäßig bezahlen und so weiter also so wie ich immer sage man kann alles im außen umlegen und deuten für den einzelnen menschen selbst und wir sind jetzt voll auch in der körper ablösung auflösung klingt jetzt komisch aber der körper dann sehe ich eben dass da wie so ein dunkles netz im körper selbst ist wie ein gerüst das in den körper und um den körper gebaut ist ja was so schmerzen auch verursacht der ganze schmerzkörper angetriggert wird sich von dem endgültig zu lösen und ich habe das schon mit einigen jetzt machen dürfen in einzelterminen und es ist aber natürlich nicht in einem termin alles erledigt ja das merken wir ja auch was die seelische aufarbeitung betrifft geistige energetische aufarbeitung das ist nicht ich schau mal hin und das war's ja man schaut da hinein und dann tun sich da alle möglichen dinge auf und wir können das auch nicht alles in einem auflösen denn das würde der körper nicht backen ja das geht einfach nicht genauso wie die psyche nicht wenn ich seelisch auf seelenebene alles auflösen würde bekomme ich auch gar nicht das wird ganz genau dosiert wie homöopathie in kleinen kügelchen und schritten ja so wie es auch für jeden menschen gut und richtig ist und da haben sich in den terminen folgende dinge noch aufgetan und ich empfehle dir wirklich dieses webinar am achten achten mitzumachen denn das ist eine sehr gute vorbereitung für dieses großartige monat dass das spirituellste und bewegteste in der körpermatrix und geist seelmatrix sein wird für jeden einzelnen aber auch vorbereitung für das turbulente beschleunigte jahr 2024 wo es nicht mehr so ruhig sein wird wie jetzt es ist einfach so ja ich habe da auflösen dürfen organtransplantationen wo menschen noch energien von fremden organen und fremden blut blutwäschen blutspenden in sich getragen haben dass sich noch immer ausgewirkt hat ja dass sie so gar nicht bei sich sein konnten dass sie auch dieses gefühl hatten ich bin nicht ganz ich ja was ist mit meinem körper los der ist wie ein eigenständiges wesen und tut was er will ja das sind noch drinnen vermischt gewesen von anderen menschen und das ist auch in den vorleben das muss nicht im wesen leben sein alles was organmafia garntausch und und kinderhandel und dies ganze blut spenden und blutwäsche und das gibt es ja alles heute noch nur ihr kennt sicher filme wo zum beispiel jemand ein herz transplantiert wer so liebesfilme und die dann auf deren ihren mann trifft und die liebt an diesem mann also die hat die gefühle und das alles plötzlich auch von der frau wo sie das herz übernommen hatten das ist wahr das ist nicht nur ein film das ist wahr man spürt das dann ja man bekommt das mit aber man ist nicht mehr der der die man vorher war nicht mehr ganz ja das durfte ich entfernen ja dann wo der körper auch gegen sexsexualität verkauft worden ist der körper zu einem gegenstand gemacht wird oder wurde und verkauft worden ist um geld zu bekommen ja und da haben wir auch geldblockaden drinnen sitzen und eben diesen diese misshandlung die eigene misshandlung des körpers in zur verfügung zu stellen für gewisse handlungen um geld zu bekommen ja und da gibt es natürlich noch eine menge mehr was da in der körper matrix verhaftet ist was da gebunkert ist was da ein staus verursacht wo die energie dann nicht fließen kann aber warum weil er uns aufmerksam machen möchte dass auch er jetzt dran kommt mal mit energetischen aufarbeitungen bearbeitungen transformationen sich aus dem gerüst aus dem alten netz auch des verfalls des tod des gebrechlich seins des altwerdens demenz krebs was da alles uns eingebläut wird und schon manipuliert ist ja die ganzen gen manipulationen die chemtrail geschichten ja das ist ja erstens hören wir das und dann sickert das so richtig schön ein in uns und lagert sich ab richtige ablagerungen im körper die sich dann auch aufzeigen in den gelenken in den adern und venen in den herzkranzgefäßen und so weiter und hier kann man alles auch energetisch gut in den fluss bringen abtransportieren befreien eine befreiung in deinem ganzen energiesystem für körper geist und seele ja und da ist dieses webinar am achten achten wo wir in der mitte dieses energiebogen sind und wo jetzt genau jetzt ja und seit ein paar tagen ganz viele neue energien wie regen wie ein lichtregen herab prasseln und die möchten aufgenommen werden und dass wir hier schon eine öffnung machen hier eine reinigung ja eine dass man dich in die mitte führt dass du dich öffnen kannst dass du aufnehmen kannst ja aber auch loslassen kannst und sein lassen kannst eben dieses portal zu durchschreiten und sich nicht mitziehen und mit reißen lassen wie das wasser oft flüsse zum plötzlich übergehen und zum reißenden kleine bäche werden zum reißenden fluss und und überschwemmen alles ja die überschwemmungen menschen und plötzlich wird alles in einem zu einem reißenden strom einem reißenden fluss den man nicht mehr selbst im griff hat weil man von der energie her schwächer und kleiner ist als der körper selbst und vor allem der schmerzkörper ja sind ja viele menschen in dieser angstmatrix gefangen und da ist diese angstenergiefeld größer als ihr eigenes energiefeld das heißt sie sind machtlos sie sind energielos kraftlos erschöpft spüren sich selbst nicht sind sehr gebückt gebeugt haben auch schmerzen das zeigt sich ja immer man sieht das auch sehr gut am körper und hier dich auch wieder aufzurichten in deinem eigenen energiefeld aufrichtig standhaft voll zu dir zu stehen und auch hier mal dem körper eine befreiung zu gönnen kann man alles mit mitteln machen wird aber nur eine unterstützung sein sondern es geht hier wirklich um einen netzgerüst abbau und schauen was für fremdenergien fließen denn da auch noch zusätzlich in deinem blut in deinen organen so weiter und wo ist gebunkert alles ja so wie auch im ganzen beckenbereich in den gelenken ja das hat ja alles einen sinn und eine bedeutung und nicht umsonst gibt es jetzt so viele körperliche symptome ja und phänomene werden auch immer mehr also du kannst dinge plötzlich sehen die du vorher nicht gesehen hast es könnte plötzlich für dich auch immer mehr alles sich zum leben erwecken also von der natur her ja dass du plötzlich etwas hörst fühlst spürst was nie der fall war oder ja dinge wahrnimmst die du vorher nicht wahrgenommen hast ja weil deine gaben deine sinne auch immer mehr erwachen und du dann auch hinter die dinge blicken kannst und auch dinge zu sehen bekommst die zwar immer schon gegeben hat nur du warst so blockiert und verschlossen so in der realität und in der matrix und in der materie gefangen dass du das eben nicht wahrnehmen spüren sehen fühlen konnte und da geht es jetzt auch für einige hinaus und das ist zwar unangenehm entschuldigung die erste zeit wo man sagt was war das jetzt oder was höre ich da oder was sehe ich da bewegt sich da oder so ja nicht alles ist lichtvoll das muss man schon unterscheiden aber richtige phänomene sich zeigen ja wo das du vorher nicht wahrgenommen hast lichtpunkte oder was auch immer das bei jedem ist und das ist dann auch wirklichkeit ja und es gibt noch viel mehr als das was du mit deinen augen siehst und es gibt viel mehr als nur diesen planeten erde und uns menschen trotzdem empfehle ich wenn man da sich nicht auskennt nicht einfach irgendwelche außerirdischen oder gegenderten namen anzurufen man keine man hat dann keine ahnung wer ist das wirklich hat zwar jemand gesagt ich rufe jetzt mal also man kann sich auch hier etwas einhandeln ja bleib bei dir schau wo fühlst du dich hingezogen was ist für dich wirklich stimmig und fühlt sich auch wirklich gut an und nicht alle möglichen da jetzt einladen oder was da so rausgegeben wird an außerirdischen namen und also für mich ist das nicht ja ich kann es nicht empfehlen ich habe mich da auch hineinbegeben ich habe das alles getestet aber ich kann immer nur empfehlen wende dich an die höchste energie oder wo du dich halt wirklich mit jeder phase und zelle deiner seins hingezogen fühlst das was für die stimmig ist und das müssen nicht x lichtwesen sein oder es kann auch nur eine energie sein ein lichtwesen oder auch mutter erde und deine schutzengel was auch immer und ja ja ich glaube ich habe jetzt alles noch einmal ja bei den energie übertragen das wollte ich noch heute ja was jetzt in der energie ist also ich durfte alle in eine zuerst in eine große lichtsäule stellen und das was so fantastisch war war das jetzt so energiespiralen die schauen aber jetzt wirklich ganz heftig aus wie ein wirbelsturm ja unten ist es dünner und wird nach oben hin breiter das ist wie so ein wirbelsturm und glaube ich nennt sich dass das oft so vom meer herein kommt aufs land genau so hat das ausgeschaut hat sich ganz schnell gedreht hat in der farbe immer eine andere farbe angenommen blau gold silber weiß also hat immer die farbe auch es war immer eine farbe die hat gedreht ganz schnell dann wechselt es zu einer anderen und zwar wirklich eine sehr starke rotation also es ist wirklich sehr beschleunigt das ganze und war wunderbar anzusehen war eine sehr angenehme energie und dieser farbwechsel war sehr schön dann durfte ich alle in ihre eigene energie das heißt auch eigene lichtsäule stellen dort wurden sie verbunden mit ihrer eigenen urenergie uressenz also da hat sich dann dieser wirbel für diese person in ihrer energie qualität oder ja in dieser lichtsäule gedreht ja und es wurde wirklich sehr sehr gut durchgereinigt sage ich immer das ist ja immer so das wichtigste finde ich und dann ist eben dieser energie regen ja ich überschreibe selbst mal auch auf das wetter weil dann tust du dich vielleicht leicht und verstehst was hier alles abgeht ja also dieses wasser ja diese gefühle und dieser lichtregen ja ist dann hat sich dieser energiewirbel eingestellt hat sich zurückgezogen diese energie und dann konnte ganz ruhig ganz ruhig und sanft dieser lichtregen nenne ich es jetzt in dieses gesamt energie feld hinein fallen und sich ein betten und genau das geschieht auch bei diesem webinarm achten achten all das was wir hier machen werden ausstieg aus der illusion aus dem leid ja aus diesem alten also kann sich dann auch diese energie gut ein betten diese urenergien die werden wir einbetten und verankern und dies wird dann über mehrere monate bei jedem sich schritt für schritt und tröpfchen für tröpfchen weise ja gut entfalten können du wirst gut vorbereitet auch für das 2024er jahr wo dann so der wirbelsturm allgemein aufkommt und durchfegen wird sage ich durch die monate hindurch ja und dass du da ganz auch bei dir bleiben kannst und ruhig sein kannst ja und dann wird von mir noch kann ich jetzt noch nichts sagen ein workshop webinar wie auch immer das dann mit der körpermatrix körpergerüst all das was ich da jetzt erzählt habe kommen oder du nimmst dir einen einzeltermin kannst du noch nächste woche haben und dann im september wieder also schau dass du dich wirklich fit machst und dieses großartige monat nutzt weil dieses monat wie gesagt ich habe es jetzt bei den klienten gesehen da kann man so viel auflösen und es zeigt sich auch sehr stark bei jedem einzelnen und es ist wunderbar noch einmal zur erinnerung ja solltest du auch jemand sein der sich hier erstens einmal erwachte aufstieg und so weiter alles hier mitmachen möchte aber auch ja zurückkehren möchte in die höchste energie in die quelle und so und das ganze hier abschließen dann wirst du sehr ja in der aufarbeitung angetriggert das ist einfach so da geht es dann ums großreinemachen und ausmisten und ich bin dabei auch ja und ich finde es trotzdem immer faszinierend ich habe spaß mit meinen kundinnen was wir da alles so entdecken und sehen es ist wir machen so eines nach dem anderen öffnen wir und da gibt es so viele schöne erkenntnisse es ist wirklich großartig und faszinierend ich freue mich wenn du dabei bist beim Webinar am 8.8.19 Uhr über Zoom ja du hast den Link unten ja und im Mitgliederkanal ab sofort jetzt neu ja die Seelenreise dann eine persönliche Botschaft nein Botschaft kann ich es ja nicht nennen persönliche Geschichte und zwar energetisch geistige Sterbehilfe energetisch geistige Geburtshilfe sowie auch von der Unfruchtbarkeit zur Fruchtbarkeit energetisch geistig sehr spannende Geschichte die ich da für dich habe alles jetzt sofort im Mitgliederkanal erhältlich und ihr Mitglieder seid ja beim Webinar am 8.8.19 Uhr dabei und braucht nichts bezahlen weil ihr ja das ist von mir für euch dass ihr eben bei mir im Mitgliederkanal seid alles Liebe bis bald wir sehen uns entweder im Mitgliederkanal oder und auch am 8.8.19 Uhr nächste Woche ist es soweit ja das wird großartig alles Liebe deine Sissi Göttlingen einen wunderbaren August ja